herzlich willkommen bei so laster mit hallo ja wir sind jetzt hier auf dem weg zu diesen palast der illusionen oder rein ja aber ich glaube wir müssen uns hier auf diese teile herstellen damit es aufgeht bin mir nicht sicher geht es einfach so auf und orks direkt der kampf ist glaube ich die sind glaube ich im dunkeln ja der arias ist jetzt auch noch als erstes dran ja gut das stört ihn aber nicht wenn er in seinen berserker modus geht das ist ja egal das sind doch nur vier stück also sind jetzt nicht alles kaputt auch wenn es im dunkeln ist oder auch nicht das hat ein nachteil toll ich mach mal nicht da die geilen handschellen gehen wir ihm noch zweimal er macht ganz schön viel schaden auch jetzt kann er schon wieder rennen ohne ende so krass das wollte ich nicht vergessen das habe ich vergessen aber ich mache ein bisschen lichter hinten sind die meisten im halb licht ja boah 14 schaden erinnern ist aber gut ne so wir gehen was ich kann mich verstecken ich werde gesehen und wem von dem da hinten hatte jetzt bin ich weg so ich überlege mal ob ich mir jetzt mal hier haben doch so vergiftete pfeile wobei wir haben nicht so viel ich müsste die eigentlich mal herstellen habe sie doch oder nicht ja ja aber für die reicht nicht genug meiner meinung nach zehn weil jetzt verschwinde ich jetzt hier nicht okay oh käupling boah die ist geil blöd ja dieses ähm was im hinterhalt angreifen macht schaden abbau er ist weg ja jan kassiert ja aber er ist so gut ja wir sind auch noch so gut jawohl jetzt gibt es richtig gemetzel da das blöde ist ja dass er einfach diese bessere axt nicht mehr hat ja ich weiß die ist verschwunden ja ich weiß aber nicht was soll es ist ein bug es ist leider ein bug wir können die halt auch noch also nicht noch einmal kraften das verstehe ich halt auch nicht warum das rezept jetzt auch nicht mehr aufrufbar ist oder ist das in dem game das rezept ist aufrufbar aber der stil bei mir nicht mal mehr drin das rezept die zutaten die waren als sehr teuer das war gleich mal gucken weil sonst würde ich halt sagen dann kraftig noch mal ja aber wir haben die zu gar nicht das sind sehr selten zutaten gewesen und das ist einfach ja das ist ja richtig aber wenn wir noch mal die zutaten kommen könnten ja dann kann man das machen können aber ich habe das rezept noch nicht einmal mehr in meiner liste drinstehen da muss man gleich noch mal gucken 19 schaden ist gut gut leben ja aber jetzt kannst du mit vorteil drauf gehen kann ich sowieso und ich dachte ich tue den gefallen weil ich versteckt bin die wird nie gesehen sagst du nein der blitz blitz zimmer böse ich trecke einen zurück das ist der mönch der kann sowas das war im dunkeln ich muss da noch nicht machen ja das gute arias geht trotzdem schon mal vor aber gut gut Du kannst es enden, wenn du willst. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Ah, hier sind noch Tränke für dich. Kannst du sie gerne nehmen. Gebe ich dir gleich. Geld, Geld, Geld. Und was hat die da hinten schönes? Ah, guck mal, hier ist was versteckt. Ein Buch. Tagebuch eines Vanditen. Was steht denn da drin? Wir sind ihnen bis zum Eingang des Tempels gefolgt, aber wir haben sie drinnen verloren. Dieser Ort ist viel zu gefährlich und das Risiko nichts wert. Wir werden eh schon nicht genug bezahlt. Wir werden morgen gehen. Interessant. Das ist zu schwer damit. Hm. Okay, kurzer Rast. Warte mal. Warte mal, bitte. Ja, ich wollte hier noch die Dinger geben. Das sind Stärke Tränke, die braucht man halt nur, wenn man Stärke hat. Ja, guck mal hier, das kannst du verkaufen. Das kann ich gar nicht wirken. Okay, wir sortieren uns mal. Okay. Was schon? Oh, ich hab was zum Leuchten gebracht. Wie du das nur gemacht hast. Ja. Jetzt können wir nach da hinten gehen. Warte mal, mein Licht ist wieder aus. Oh ja. Solasta, Ivo. Stio. Der Licht wird nicht wehren. Das ist der Tempel der Illusion. Wow, this room wasn't there before. How do we get outside now? Warte freie. Ja, ich denke schon. Ja. Oh ja. Look, an underground lake. Or river. Uh-huh. What are you talking about? This is a library. What? In the Badlands. We get it. Thank you. So, where do we go? Books or fish? Books. Er ist Fisch. Hm. Ja, hier ist die Library. Genau, das kann man sehen. Sehr schön. Haben sie gut gemacht. Ja, wir gehen hierher. Schon richtig hier. Oh. Sofort im Kampf. Skeletto. Nette Begrüßung. Ja. Hast du recht. Die. Ha. Ah. Das Problem ist jetzt, ich kann mich in nirgendswohlen. Positioniell. Ja. Trotzdem ohne Schaden gemacht. Das ist wahr. Das Blöde ist, ich komme jetzt schon wieder nicht hier weg. Ja, du könntest mal nach da hinten Feuerball schießen. Da ist nämlich ein Skelett-Zauberer und... Ja, ne, 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 der Zauberer, der macht dich doch gar nicht unter. Ja, auf die Distanz vielleicht nicht. Nee, nee, nee. Ach so, du bist gefangen da wieder, ja. Verstehe. Ja, gut. Na, wie viel da ist? Mal eine 5, super. Ja. Ja, da hat er noch ein paar Mal. Ja. Ach guck mal, der ist schon fast hinüber. Naja, das Gute ist, die sind anfällig gegen Luftschaden. Ah! Oh, du solltest du flihrt. Was hat er jetzt gemacht? Er ist verkackt. Kalte Hand hat er verkackt. Okay. Sehr schön mit dem Hämmerchen. Ja, jetzt ist die Frage, bewege ich mich jetzt weiter nach vorne oder was mache ich jetzt? Ja, war klar. Schießen kannst du ja nicht. Nee, das ist ein Fernkämpfer alles. Dann muss ich das so machen. Ich werde gerne immer mit deinen Tipps. Ja, ne? Kann ich schießen? Ja. Wieso nicht? Doch, kann ich. Sehr schön. Just bad luck. Ja, Gott. Kommst du mit nach vorne? Weil du hast ne Fackel, ne? Ne, ich hab grad keine, aber ich kann mir eine nehmen. Ach, der ist witzig. Jetzt rennt er wieder einmal quer über die Map. Ja, der kommt an, ne? Ne, leider nicht. Könnte sogar jetzt noch... Ne, ich mach jetzt nicht weiter sprinten. Ich mach ausweichen. Hier wird nicht gezaubert. Er kommt jetzt aber auch nicht an, ne? Ne, du musst sprinten, ja. Boah! Boah! Ui, den hast du sofort weggekloppt, ey. Was ist denn mit dem los? Ui, den hast du sofort weggekloppt. Du kannst es nehmen. Du kannst es nehmen. Ich hab dir gedacht, sie probiert es einfach mal. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schade, dass sie nicht zweimal schießen können. Aber die hat ja nur einmal jetzt einen Bonus, ja. Das war ordentlicher Schaden, was sie gemacht hat. Das ist ja... 29 Schaden, ey. Aber warum kommt die Sido nie denn eigentlich nicht nach? Hat die Rob keine Bewegung? Ich weiß nicht. Nicht überladen. Ja, verstehst du? Ja, man kann ruhig mal, äh... Man kann auch mal gegen Pfosten schießen. So. Komm, den anderen schaffst du auch. Kann nur noch einmal angreifen. Das ist egal, reicht. Nein. Fast. 22 Damage. Ja, das ist anfällig. Gut, wenn ein Gegner anfällig ist. Ich leuchte dir. Oh. So, 1, 2. Komm, schaffst du die Straße? Ja. 26. Nice. Nice. Prachtvolle Ritterrüstung. Oh. Ja, du hast es angemacht. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Ja, weil dann meine Interaktion unterbraucht wird. Nichts Schlimmes. Prachtvoller Kurzbogen. Das ist schön. Das ist was für unser kleines Mädchen. Oha. Was hast du da gefunden? Es ist nur Mist drin. Ich lasse das da drin liegen. Du bist übrigens überladen. Ja, ja. 10 Pfeiler. Nice. Hey, warte doch mal. Was ist denn? Warum wartest du nicht? Ja, wieso? Toll, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Was ist denn? Hör doch mal auf, immer alles zu schnell zu machen. Mach mich doch mal bitte. Du kannst keine Schwerrüstung nehmen, ne? Der Arias. Nee, aber... Nee, der hat mittlere Rüstungen. Jetzt ist der auch überladen. Ja, die müssen wir verkaufen. Muss jetzt durch. So. Jetzt kann ich... Ja, ja. Ich habe einen besseren Bogen. Für die Kleine. Zack. Jetzt können wir in den anderen Raum noch gehen. Zug, nähe dich. Das ist ein Buch. Toll. Ich höre Leute laufen. Oh, da sind sie. Ich höre Leute. drei gegner oben angezeigt werden bei mir nutzt ajo jäger der ja ich weiß nicht genau wurde ist ich habe jetzt mal kurzer was zu machen nicht schlimm würde ich sagen geht's mal zudem wo gehe ich denn hin schocker kanisten oder den dunkelweber die zaubern glaube ich beide oder ich weiß nicht keine ahnung glaube also ist egal zu wem platt da unten besser du kannst du mir Okay. Ich weiß wieder nicht, wo ich hingehen soll, weil ich nicht gesehen werde. Ah, hier. Wunderbar. Nein, zieht er mich? Jep. Na gut, beim zweiten Mal trifft er dann. Beim ersten Mal konnte ich ihn auch ablenken. Malmys. Try again! ja das problem ist die können mich jetzt halt kontern zwei von denen oder nicht so sicher das war übelster schaden klage hat sie gemacht gemein die hat doch einiges an leben das schon Das ist überhaupt was genützt, weiß ich es nicht. Ey, du hättest vielleicht mal ein Stückchen weitergehen sollen, ne? Damit er auf mich geht. Ging nicht. Meine Güte, müssen die da immer abhauen? Das ist ja lästig. Du schaffst es. Du kannst hinterher rennen. Ist ja nicht so, als wäre das ein Problem. Doch, der ist jetzt überladen. Das ist jetzt ein Problem. Ich hoffe, ich werde es jetzt nicht weggekontert. Und wahrscheinlich ist ja kein Magier dabei. Ich muss das richtig platzieren. Jo. Jawohl, der eine hat kassiert. 40. Der andere gar nichts. Ne. Nicht? Okay. Na gut, aber einer ist tot. Die zauberst du nicht nochmal? Oder doch? Doch. Die hole ich mir. Viel hat die nicht mehr. Ne. Du wirst den Schlagkakel aktivieren, ey. Echt immolisch. Na gut, das war eine richtige Failrunde. Egal, die ist tot. Are you okay? Du auch. Na gut, der kann auch unglaublich ausweichen. Der kann vor allem unglaublich abhauen. Boah, ist das schrecklich. Ich kann mich nicht verstecken. Oh, nice. Take that! Sehr gut. Ja, mehr kann er leider nicht machen, weil er spurten musste. Ah, dick war das Gewinn wieder. Ah, das können wir noch eben Zeit noch machen. Ja, da... Also wenn der Arias richtig guten Dimmesch macht, ne, dann failt sie. Ja, aber war nicht gut, ey. 994 gewürfelt. Ich kann doch statt euch ganz nah unterbieten. Reicht alles nicht. Mein Gott, zweite Failrunde, ey. Der fällt auch, ey. Faut er wieder ab, ne? Kritisch. Er rindt erstmal in einen anderen Raum, ey. So, versuchen wir mal wegzuschießen. So, versuchen wir mal wegzuschießen. Das reicht auch noch nicht. Ne, leider. Hat irgendwie noch einen. Ja, endlich. Ja, ja, ja. Schwierig, ja. Sehr krampfig. Okay, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier diese Bibliothek weiter erforschen. Scheint spannend zu bleiben. Macht's gut. Bis dahin und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.